In diesem Video wird der vereinfachte Aufbau und die Funktionsweise einer Solarzelle erklärt. Zunächst betrachten wir drei verschiedene Atombindungen, um das Prinzip zu verstehen. Ein Siliziumatom besitzt auf seiner dritten Schale vier Elektronen. Atome streben danach, ihre äußerste Schale vollständig mit Elektronen zu füllen, sodass Silizium vier weitere Elektronen benötigt. Um dies zu erreichen, teilt sich jedes Siliziumatom mit vier benachbarten Atomen jeweils ein Elektron, wodurch eine Elektronenpaarbindung entsteht. Nun ersetzen wir ein Siliziumatom durch ein Bohratom, das nur drei Elektronen auf seiner äußeren Schale hat. Daher kann das darunterliegende Siliziumatom keine Elektronenpaarbindung eingehen, was zu einer Lücke führt. Ersetzen wir stattdessen ein Siliziumatom durch ein Phosphoratom, das fünf Elektronen auf seiner äußeren Schale hat, bleibt ein Elektron übrig, da die benachbarten Siliziumatome nur vier Elektronen für ihre Elektronenpaarbindung benötigen. Hier sind nun zwei Schichten zu sehen. In der oberen Schicht werden einige Siliziumatome durch Phosphoratome ersetzt, in der unteren Schicht durch Bohratome. Bringt man diese beiden Schichten zusammen, fließen die überschüssigen Elektronen der Phosphorschicht in die Bohrschicht, um die dortigen Lücken zu füllen. Das Bestreben der Atome, einen Edelgaszustand mit acht Elektronen auf der äußersten Schale zu erreichen, überwiegt dabei die Verhinderung eines Ladungsunterschieds. So entsteht eine Grenzschicht zwischen der Phosphor- und der Bohrschicht, wobei die obere Seite positiv und die untere Seite negativ geladen ist. Wenn Sonnenlicht auf die Elektronen trifft, die die Lücken füllen, erhalten diese zusätzliche Bewegungsenergie. Sie werden vom Pluspol angezogen und bewegen sich nach oben. Verbindet man die obere Schicht mit der unteren Schicht durch ein Stromkabel, können die Elektronen die Lücken auf einem Umweg durch ein elektrisches Gerät, beispielsweise eine Glühlampe, wieder auffüllen. Trifft erneut Sonnenlicht auf die Elektronen, wiederholt sich der Vorgang und ein Stromkreislauf entsteht.